Wie können Sie die Effizienz Ihres Unternehmens optimieren? Wie können Sie Ihr Gebäude verwalten, um Ihre Betriebskosten zu minimieren? Bürogebäude sind aufgrund der Kombination aus luftigen, geräumigen Büroetagen, separaten Besprechungsräumen und kleinen Räumen immer herausfordernde Anwendungen. Heute stellen wir Ihnen unser Daikin-Gebäude vor und zeigen Ihnen die Gesamtlösung, die wir zur Erfüllung Ihrer Bedürfnisse anbieten können. Aber wir haben mehr als nur Produkte zu bieten. Die Unterstützung von Daikin umfasst die Bereitstellung der aktuellsten Datenbücher, Broschüren und der Auslegungssoftware, um den Entscheidungsprozess einfacher zu gestalten. Mit einer benutzerfreundlichen Bedienoberfläche können Sie verschiedene Technologien hinsichtlich Betriebskosten oder CO2-Emissionen miteinander vergleichen. In vielen Büroanwendungen haben Sie Serverräume. Daher unternehmenskritische Bereiche mit der Notwendigkeit einer Kühlung rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Daikin ist der einzige Hersteller, der ein spezielles Sortiment für technische Kühlanwendungen zuverlässig bis minus 15 Grad Celsius anbietet. Dieses Sortiment bietet aufgrund der untypischen Gerätekombinationen und der speziellen Betriebs-Standby-Regelung die höchste Zuverlässigkeit. Für offene Räume ist unser Roundflow-Kassettengerät die beste Lösung. Die Sensoren erfassen die Anwesenheit von Personen und reagieren entsprechend, indem sie automatisch den Luftstrom anpassen, um Zugluft zu vermeiden. Das Roundflow-Kassettengerät hat die niedrigste Höhe auf dem Markt und maximiert dadurch den Innenraum. Unser Roundflow-Kassettengerät bietet optimalen Komfort und Effizienz dank eines Luftaustritts von 360 Grad, intelligenter Sensoren und einer einzigartigen Selbstreinigungsfunktion, wodurch auch Wartungszeiten und Kosten reduziert werden. Für Meetingräume fügt sich unser einzigartiges Fully Flat-Kassettengerät fast unbemerkt ein, da die Form absolut identisch mit Standard-Deckplatten ist. Vollständig in die Decke integriert, passt es sich jeder Innenraumgestaltung in gewerblichen Räumen an und beeinträchtigt den Komfort dank intelligenter Sensoren nicht. Das Außengerät dieser Gesamtbürolösung gehört zur Daikin-Baureihe Mini-VRV. Diese bietet eine platzsparende Lösung ohne Kompromisse bei der Effizienz mit einer breiten Palette an anschließbaren Innengeräten und der Möglichkeit, reduzierte Schallpegel für lärmrestriktive Anwendungen zu erreichen. Es gibt wirklich nur einen Ansprechpartner für Ihr Klimasystem. Daikin.